Mein Name ist Daniel Gerz. Ich vertrete hier die Ausbildung von der Firma August Rügeberg. Da den Namen auch Pferdwerkzeuge bekannt. Mein Name ist Nils Ludwig. Ich bin 19 Jahre alt und jetzt im ersten Lehrjahr. Ich mache eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Bis jetzt ist das auf jeden Fall alles sehr positiv. Ich bin sehr zufrieden und habe mich im Personalbüro. Man kriegt da richtig gute Einblicke im Unternehmen, was sie so machen. Man kriegt Einblicke hinter die Kulissen. Macht auf jeden Fall bis jetzt große Freude. Wir haben einmal den technischen Bereich, den ich auch vertrete. Da haben wir sieben verschiedene Ausbildungsberufe. Und dazu kommen wir in den kaufmännischen Bereich. Dort haben wir einmal zwei Ausbildungsberufe und noch ein duales Studium. Gerade wo Experten gefragt sind. Das Know-how, wo wir als Roboter einsetzen wollen. Wo wir mit Technologien wie 3D-Druck arbeiten. Da brauchen wir auf jeden Fall viel mehr Experten. Der Bereich ist voll am wachsen. Das Arbeitsklima ist super. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die auch langjährig da sind. Wir haben viele Team-Events. Wir haben ein großes Gesundheitsmanagement-Programm. Wo wir auch wirklich viel Sport miteinander machen. Und das hält einfach dieses Team zusammen. Und da fühlt man sich einfach wohl. Ich gehöre auf jeden Fall gerne zur Arbeit. Deswegen auf jeden Fall fährt. Ich habuz guides Metallurgisch. Und es wird den 다 verletz. Und ich gehöre auf jeden Fall gerne zur Arbeit. Ich gehöre dir gerne aufole pseudonymAL Park. Software spezialisiert. !" ��